Wir hatten jetzt so Angst, dass wir einfach, weil wir sind ja getrennt und die Sache, für mich war das Risiko extrem hoch, dass ich jetzt genau mich vor den Bodies auslocke. Du bist mit dem Fallschalon runtergesprungen, kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Das ist nicht mal 24 Stunden her, die Aufnahme. Ich weiß ja nicht, wo ich hinspringe, Mann. Achten zu, ja, nee. Dann hast du halt ein wesentlich besseres Schwert als ich. Wenn man rumsteht, verbraucht man dann Essen. Ich weiß nicht, ich mach auf jeden Fall gar nichts, ich stehe hier rum. Ich stehe einfach hier. Mann, ey, aber es wird halt sowas von, LOL, die Breakdance mit dir, Fabio. LOL, die machen mich an, Mann. Dance mit denen, hier, Booty Shake, Booty. Alter, was ist denn der Typ, ey? Ey, du lagst bei mir. Stehst du halt nur da, Absatz? Ja, natürlich stehe ich nur da, Alter, ich hab keinen Essen. Nee, hier ist eine Brücke. Ey, was? Ey, was? Ist echt eine Brücke? Ich bin krank auf mich. Wow, Alter. Oh Mann, ey, das ist so scheiße, Alter. Ich hasse die Folie jetzt schon. Ich würde dir am liebsten gar nicht loswerden. Okay, Leute. Hey, meine Grabenaugen. Und herzlich willkommen zu einer Fresh-Nan-Runde Minecraft Titan zusammen mit Fabio Mabou. Moinsen. Wir joinen. Wir joinen. Let's go. Jetzt fangen wir gleich in Love & Steppen. Es sind zwei Leute drauf. Ja. Jojo, jojo. Ui, ähm, was haben wir vor? Sand. Ich würde sagen, wir suchen erstmal fix Sand. Komm mal mit. Aber wir gehen mal unauffällig. Ich weiß aus der Aufnahme von Phil und Pat, dass hier nämlich ein Schluss ist. Oh, da können wir gleich mal Sand grün. Es hieß auch irgendwie, dass sich Leute bei uns ausgelockt hatten, ne? Im Nether, glaub ich, irgendwo. Hat ja bei mir zumindest viele Leute in den Kommentaren geschrieben. Sehr interessant. Hm. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es stimmt. Ich hab jetzt nicht das nachgefolgt, aber... Na, das Problem ist, dass das Vergessen-Zuschauer manchmal... Oh, ihr müsst wissen, das ist ja alles nicht aktuell. Sprich, dass ihr seht. Wenn wir zum Beispiel uns jetzt an der Stelle ausloggen, dann sind die anderen sowieso schon weit weg. Hast du, kannst du eine Werkbank machen? Ich hab jetzt kein Holz. Ja, warte. Immer dieses Holzproblem. Irgendwie flackern die Bäume bei mir wieder. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich suche solange mal ein bisschen Essen, Ben. Jo, mach das. Ich nahr mich um die... Um das... Wieviel, äh... Wär cool, wenn wir irgendwie noch in die Nacht reinkommen und ein paar Spinn-Augen spüren. Äh, genau. Wollte ich gucken, wieviel ich habe. Also ich hab... Zwei. Ich hab sechs. Ja, okay. Dann können wir easy machen. Dann hast du daraus Vergiss-Zuschänge machen. Und wieviel, ähm... Melon hast du? Melon, Melon... Äh... Zwei. Das heißt, wir können sechs Tränke machen. Insgesamt. Achso, zwei ganze Melonen. Oder wie? Ne, ja, also... Also eine Melon-Scheibe halt. Dann können wir nur zwei Tränke machen. Ja, aber eine glitzernde Melone ist ja für drei Tränke. Achso. Achso, okay. Man, Ben. Wirklich? Ja. Ich dachte ein... Ich dachte ein... Eins, eins. Über die Melonen. Äh, ne. Ne, ne. So ist das nicht. Ja. Wir nehmen jetzt hier noch ganz spät in der Nacht auf. Im letzten Moment quasi. Ja. Ähm, weil wir sonst aktuell gegangen wären. Und ja, da... Also vom Prinzip her hat es uns nicht gestört aktuell zu sein. Wir wollen ja sowieso kämpfen. Aber da inzwischen die Teams auch krasse Tränke haben. Und auch krasse Effekte auf ihr Schwert. Und nicht noch keinen Effekt auf mein Schwert. Doch, wie du da rumfließt. Ähm... Ist es halt... Dachten, hier ist es ein großes Risiko aktuell zu gehen. Weil die ja dann zwei Folgen mehr aufgenommen haben als wir. Logischerweise. Weil wenn... Und äh... Wenn sie dann halt... Äh, dann... Das heißt, sie haben auch zwei Folgen besseres Equip quasi, ne? Weil sie hatten ja zwei Folgen mehr Zeit. Deswegen dachten wir, okay, ne? Nehmen wir mindestens eine auf. Dass wir zumindest nicht total aktuell sind. Oh, der... Oh, ja. Oh, Ben! Ja, was denn? Fett essen, Alter! Yeah, Baby! Einfach ordinal an der Stelle, wo Pat und Phil das auch gemacht haben. Voll viele Schafe und Kühe. Warte, ich habe ja noch einen zweiten. Das ist ein bisschen schneller. Okay, wir haben jetzt richtig viel Essen. Eine Sekunde, tut mir leid. Boah, das geht für euch gar nicht, Ben. So unprofessione Mensch. Meh. Okay. Ich habe übrigens ein bisschen mit dem Fallschirm offline trainiert. Der ist saugeil. Okay, auf dieser Koffel des Zanzins gerade nicht. Aber der ist echt cool. Aber du kannst ihn halt erst aktivieren, wenn du in der Luft bist. Und das habe ich manchmal richtig verstört. So, okay. Zack, zack, zack. Du hast den im Brauchstand, ne? Oh, habe ich? Ups, aber ich kann das gar nicht alles aufsammeln. Oh, ich habe noch die Citrinus, den kann ich wegschmeißen. Ja, ja. Okay, jetzt wird noch Ben. Aber wir brauchen eigentlich ihr. Die mit Bogen, ich weiß nicht. Kessel, Kessel kann eigentlich auch weg. Ich kann da hoch mal so. Okay, ich komme mal wieder. Oh, ich bin so überfordert, Fabo, gerade. Place mal den Brauchstand. Ich habe jetzt zwölf Lammfleisch. Wie viel habe ich jetzt alle aufgesammelt? Nee, aber passt. Jein. Na ja, direkt suchen wir sie nicht. Aber wenn wir sie zufällig finden, wäre natürlich auch prickelnd. Ja, ich komme mal wieder. Ja, ich komme mal wieder. Ja, ja, ich komme. Hä, wieso schreibt das? Hat er mich gesehen oder was? Weil er denkt, dass wir ihn nachgejoint sind wahrscheinlich. Aber das war ja ein Zufall. Ja, locker denkt er das. Aber das war echt nur super. Wir hätten so oder so jetzt aufgenommen, dass sie jetzt drauf sind. Also wenn wir sie jetzt sehen, wäre natürlich super cool. Das wäre nice. Das wäre übrigens nice. Aber ich weiß es nicht. Soll ich schauen, ob hier oben noch Tiere sind? Ja, hier oben ist noch ein Schaf. Komm, das nehme ich mit. Ja, aber ich bin so unproduktiv jetzt ja gerade, ja. Komm mal den Berg da hoch, dann bin ich da eh. Ah ja, okay. Alles, nehme meine Eisenöfen natürlich mit. Das Glas. Oh Gott. Ich hasse das, Fabio. Was kann ich denn einschmeißen? Schwarz-Cola brauchen wir noch Getränke. Leder brauchen wir im Grunde auch. Nee, doch brauchen wir. Mann, ich brauche alles. Ich hasse mein Leben. Rucksack. Ich brauche alles. Mein Rucksack ist auch voll. Solapis kann man da rein fallern. Inget, Diamant. Okay, bin ich mit. Oh Gott, Amo. Nur Waldo, was ist es denn? Obsidian, so passt. Okay, das ist schnell die ganze Zeit. Ich muss unbedingt nach meinem Inventar aufräumen. Oh, wie smooth ich gerade fliege, Mann. Ey, ich komme wieder dahin, wo wir uns getroffen haben. Ja, ich gehe auf den Berg. Hinter dir bin. Ja, ich fliege auf den Berg hier. Ich soll aber auf den Berg fliegen. Oh Gott, eine Spinne. Spinne, nice. Vergiftungsheimer. Nix gedroppt, Heimer. Ja, genau. So, place mal den, äh, place mal bitte die Crystal Meth-Maschine. Ja. Die Crystal Meth-Maschine. Meiner hat in meinen Kommentar geschrieben, merkst du eigentlich, dass Fabo das gar nicht lustig findet und nur aus Mitleid lacht? Ah, echt? Alles. Nee, also, es war nicht so formuliert, aber. Ja, ja, klar. So, also, ich tue jetzt hier drei Wasserflaschen rein und oben die Netherwads, ne? Äh, richtig. Ja, dann habe ich das erledigt, ja. Hat ja lang gedauert. So, okay, dann warten wir jetzt hier mal kurz. Chilli-Milli. Ähm. Er placed eine Diya oben. Oh, man. Das dauert zu lang. Ob das so schlau war. Jetzt haben wir nur einen. Hä? Chill doch, Alter. Ah, hier, seltsamer Trank, seltsamer Trank. Seltsamer Trank, okay. Na, da war es noch. Jetzt tun wir hier drei seltsame Tränke rein und da flankeln wir natürlich. Pups. Oh, macht der einfach so. Darf er das? Darf er das? Reicht ein Spinnenauge für drei? Ja, eigentlich nicht, oder? Ein, doch, klar. Na, da können wir uns ja voll viele Vergiftungsteil machen. Ja, eben. Mann, Ben. Hey, dann kann ich ja allein schon sechs machen. Juppi, ist das denn? Neen. Hey, ich dachte, das ist 1-1. Okay. Nee. Ich habe wieder was dazugelernt. Du hast einen Creeper, wir brauchen noch Schwarzpulver. Ich weiß da nicht mehr für was, aber wir brauchen es. Ich habe Schwarzpulver. Ja, um das zum Werfen zu machen, ne? Ach Gott, Ben. Aber er ist explizitiert. Ja, genau, um die Werbung zu machen. Zur Vergiftung. Ja, aber wir dürfen nicht stärker, äh, nicht zwei. Achso. Ich habe 23 gelevelt. Ja, dann nimm du die, nimm du die schon mal. Und dann mach neue Glasflaschen rein mit Wasser. Ja, richtig, Ben. Hey, mach drei rein, mach drei rein. Nein, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich mache eine Werkbank. Ich mache eine Werkbank. Hast du tatsächlich Holz? Ja, aber ich habe kaum Holz. Also, dann baue ich schon mal zwei glitzernde Melonen. Ich brauche ja noch viele, ich meine, wir haben ja noch viele Tränke, ne? Ich habe alle, alle Melonen weg, wir brauchen die eh nicht. Ja. Achso, wir brauchen sie. Oh Gott, alle Wasserflaschen. Wir könnten Kerne machen und was wachsen lassen, aber fuck off, Alter. Ja, gut, ich meine. So ganz ehrlich, die Wasserflaschen reißen wir erstmal. Im Notfall liegen im Fluss noch welche, kannst du aufsammeln. Die Sache ist, wir haben danach jetzt noch zwei Folgen, aber die nehmen wir nicht auf. Ne, haben wir nicht. Weil morgen wollen wir fighten, weil jetzt nimmt halt keiner mehr auf, weil es so spät ist. Wundert mich eh, dass sie überhaupt auf dem Server sind hier. So, seltsamer. So, okay, wir haben jetzt hier eine Wasserflasche. Ja, warte, das passt eh. Ne, ne, warte, nimm die. Was machst du denn? Ben, tu die eine wieder rein. Ne, Ben, hallo. Huhu. Ja, ich bin verwirrt. Mach die Wirkungslose rein. Go, Ben, schnell. Ja, ich mach so. Ich habe nur zwei, ich habe nur zwei Dinge. Das passt schon. Ja, aber wird der jetzt nicht ein? So, nimm die raus, ne? Ja, das war voll die Verschwendung von dir jetzt, Fabo. So, jetzt ist da ein Gift dran. Du, ne, das eine war ja eine normale. So, jetzt müssen wir wieder so machen. Ah, nein. Och, Ben. Nein, aber, ja, aber, okay, ich mache jetzt, ich mache jetzt, ähm, ich habe jetzt Schärfe 3, Verbrennung 1 und mache jetzt da Gift drauf, ne? Ja. Kann ich wieder abbauen, oder? Darf ich das? Ja, geht nicht. Ah, geht doch. Äh, okay, die Sache ist, wie kann ich mir 50% drauf machen? Ähm, komplett voll machen. Links oben in die Ecke dein Schwert und dann komplett voll mit Gift drängen. Ja, soll ich das machen? Ja, klar. Dann brauche ich nur 3 weiter. Ja, du bin nicht. Ja, die bekommst du jetzt. Oh, da musst du eben, wenn man bannen, wir halt echt alles weg. Ich habe noch, aber wir können eh noch viel mehr Tränke machen. Ja, klar. Ich glaube, die vergibst du jetzt mal kurz hier hin, weil ich muss mir die Wasserflaschen nehmen. Du kannst mir, okay, ich habe letztens auf Twitter angegeben, dass mein Inventar so sauber ist. Hast du das mitbekommen? Ja, weil mein Inventar ist so zu gut. Ja, mein Inventar sieht jetzt gerade aus wie Kacke, Alter. Meins auch. Wir müssen das unbedingt, ich würde das echt, lass das mal wirklich sortieren am Ende der Folge, weil ich hasse das, wenn dein Inventar, es gibt nicht schlimmeres Endergames oder so. Ich baue mir, ich baue mir noch einen Rucksack. Ja, ganz ehrlich, ist eigentlich praktisch. Kannst du mir auch noch einen machen, weil ich habe nur einen. Äh, okay. Okay, ähm. Aber die Frage ist, wie geht das? Achso, du hast nur einen Rucksack. Ja, äh, Netterwarzen, kurz alle Netterwarzen präsentieren. So, okay, ähm. Soll ich einen machen? Ja. So. Ich habe halt jetzt drei Rucksäcke, aber das fuckt halt auch übel ab. Okay, jetzt haben wir Verbrennungsschärfe drei. Ähm. Wir bräuchten noch eine. Hast du? Ne, passt schon, passt schon. Ich habe genug Fäden. Ich habe 50% Poison, Verbrennung eins, Schärfe drei, ne? Die Sache ist, ich kann das dann wahrscheinlich nicht mit dem Schwer zusammenlegen, was ich habe. Wie, was? Ja, weil das halt ja Blindness ist okay. Hä, achso, ne, das kannst du nicht machen. Dann wollen wir jetzt mal versuchen, ob wir das nicht zusammenkriegen. Wie, was? Ja, zwei hat das halt. Ja, warte mal, die Sache ist. Ne, so. Probier mal kurz das aus. Und Ben hier legt den Rucksack? Was, in fünf Minuten schon? Oh nein. Äh, brauchst du jetzt noch Gifttränke oder nicht? Ja, mach halt alle, die wir machen können zum Werfen dann. Ja, warte, ich mache jetzt erstmal Heiltränke. Oh, guck, du Scheiß-Gelett. Ich kann mir den Effekt halt, für 25 Level kann ich mir einfach Blindness drauf machen. Da können wir die Vergiftungstränke so nehmen. Nimm mal den Rucksack jetzt, oder warte, ist das leer? Ist ja eigentlich Verschwendung so. Ja, hier Ben, dein leerer Rucksack. Ist ja eigentlich Verschwendung, das wir gerade machen. Echt? Ja. Wegen dem Schwert, meinst du? Ja, ich könnte mir halt Blindness einfach so for free drauf machen, weil ich das Schwert halt... Äh, warte, wollen wir die Heiltränke Werfer machen schon, ne? Ja, klar, dann sind die ja wirklich scheiße. Okay. Aber ich hab hier Schwarzfolger. Ja, dann machen wir aus... Hast du jetzt schon das Schwert gemacht? Ne. Ja, dann können wir die Gifttränke ja immer noch Werfer machen. Ja, ja, klar. Aber die Sache ist, es wäre halt geil, wenn ich das Schwert auf Schärfe 3 irgendwie bekäme. Das heißt, ich muss das auf Schärfe 2 bekommen. Dieses Schwert muss ich auf Schärfe 2 bekommen. Ähm, die Sache ist, wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Wenn wir noch irgendwoher ein Buch bekommen würden, dann würde ich vorschlagen, das auf Schutz 1 zu entscheiden. Dann könnte ich nämlich Schutz 3 Titan Chestplate machen. Ich würde das mit dem zweiten Rucksack geben, ne? Ja. Ich schmeiße mal die zwei Goldnackens raus, weil die jetzt nur hier blöd dann im Inventar rumliegen. Ja. Ja. So, ähm, so, jetzt haben wir hier den Enchant... Hä, ach, du hast den Enchant. Dann passen wir dir den Enchant hin. Äh, ich hab den gegeben eigentlich. Hm, ne. Er hat nur zwei. Aber ich weiß nicht, warum er nur ist. Hab ich ihn einfach vergessen. Hä, Ben, als ob du den jetzt nicht hast. Ich hab den echt nicht. Hä, ernsthaft? Ach doch, ich bin so blind. Ich hab ihn. Haha. Okay. Ich muss irgendwie versuchen, dieses Schwert jetzt hier auf Schärfe 2 zu bekommen. Flünderung, dass er auch sau nah ist, aber egal. Ähm. Bauen wir noch ein bisschen Pfeile. Äh, äh... Er, Ben, neue Flaschen rein. Ach so, ich hab nur noch eine. Ach, ich bin so überfordert gerade, Fabo. Achst du nur noch eine? Ja, wir brauchen mehr. Vor dem, vor dem Brauchstamm. Ah, hier. Ja, aber auch nur eine. Komm hier, Spitzhacker. Ja, wir brauchen mehr. Ja, ich muss das Schwert jetzt machen, man. Man. Hm. Ja, aber soll ich jetzt dann noch zwei machen? Dann wird jeder... Ne, dann wird es nicht aufgehen. Ben, hast du noch Glas, Sand? Schärfe 2. Wir werden gleich gekickt, Ben. Echt? Abbau? Ja. Ich hab schon mal den ein Schadetag. Du solltest noch Ding machen. Was soll ich denn? Äh, Gläser. Ich hab Glas. Ne, hab ich's nicht. Hey, du hast das aufgesammelt, du musst das haben. Ich hab kein Glas. So ist das hab ich in den Rucksack getan, glaube ich. Och, Ben. Ich bin so überfordert gerade, ne? Hier, da. So, kann ich die jetzt schon zusammenlegen? Ähm, Schärfe 2, Blindness, Schärfe 2. Oh, man. Oh, jetzt hab ich wirklich schon wieder aufgesammelt. Schärfe 3, Blindness, so. Wie viel kostet das jetzt, meins zusammenzulegen? 28 Level, das kann ich schaffen. Da hab ich Schärfe 4, Verbrennung 1. Und Blindness 50%. 28 Level, die hab ich letztens gefahren, Ben. Ja, ich hab aber 14 schon. Ach so. Ich hab ein Kämpfusen jetzt. Kämpf ich mit Schärfe 3, Verbrennung 1. Oder Schärfe 3, Blindness. 2, 3, Blindness, ne? Ich weiß nicht. Okay, ja, dann gehen wir... Wechseln wir immer mal durch. Dann gehen wir in der nächsten Folge nochmal Speedy in Nether. Dann mach ich die paar Level noch. Weiterhin haben wir halt schon übelst starke Schwerte. Weil das Nether wird eh bald zugemacht. Das hab ich gar nicht dran gedacht. Oh, da hol ich mir nochmal Schwarzpulver von dem Boy. Von dem Boy. Weil das wird halt bald zugemacht, ne? Ja, ja. Zwei Folgen oder so noch. Nicht explodieren! Du, zu! Ich wollte doch dein Schwarzpulver, Mech. Dem nicht, ne? Du hast keine Kohle, oder? Doch. Echt? Ja, dann nehm ich die. Also ich glaub ich meine Kohle aber gar nicht. So, bau die Bude ab. Ne, warte, warte. Also den, den kann, den bau ich ab. Ne, das Inventar so thematisch aber nicht zur Folge. Okay, das heißt ich leg die noch zusammen. Da machen wir ganz viele Vergiftungstränke zum Werfen. Ne, du mal die Kohle. Ich kann das schon mal hier so... Das brauch ich nicht. Das kann weg. Äh, das brauchen wir alles. Vielleicht tue das jetzt mal nicht ins Zell. Oh, das kommt sicher sicher. So, der... Oh, ich weiß nicht, den Fäden kommt. Da, da. So, abbauen den ganzen Heimer hier. Jetzt hängt Farbo schon damit an. Heimer! Nimm mal die drei Dinger hier. Ja, gib mir... Ah, nice. Okay, dann brauche ich hier mal alles zum Brauen rein. Eine Wasserflasche, äh, das ne? Die Werkbank müssen wir auch mitnehmen, Farbo. Du weißt. Gib mir mal die Wasserflasche, Ben. Hm, da. Ich hab zwei sogar, ne? Ja. Das ist so flackert. Ne, was ist hier los? Nee. Ich hab aber kaum Essen jetzt, ne? Ich hoffe, wir mal noch schnell essen. Wie viel hast du? Eins. Was? Was? Und natürlich mal eine Dia-Äpfel zum Essen, ja. Ja, gönnt er sich. Zehn, okay, na. Gut. Also, wir haben jetzt natürlich nicht wirklich so mega viel gemacht. Ich hab keinen Platz. Lass schon mal Richtung Spawn laufen, Farbo, Marbo. Wir müssen nächste Folge noch, ähm, werfbare Gif-Tränke machen. Nee, Quatsch, Richtung. Nee, richtige Richtung. Richtig. Lass hier stehen bleiben einfach. Nein, ich möchte hier unten stehen bleiben. So. Gut, Leute. Auf jeden Fall. Ah. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft. Dass wir den Tränke brauen, das braucht einfach seine Zeit. Ja, weil das Math-Nickel-Spiegchen. Ey, wir wollen ja keine Werbung für Drogen machen. Ähm. Lasst ein Däumchen da rum, der, wenn euch die Folge gefallen hat. Checkt Farbo und mich aus, je nachdem, bei wem ihr es gesehen habt. Und lasst euch auch ein Abo da, wenn ihr die nächsten Folgen noch sehen wollt. Denn bald geht die Action los. Aber bald darf man nicht mehr fahren, denn es gibt keine Ärzte mehr und so weiter. Danke, Tag, Bala. In den nächsten Folgen. Was wir sehen uns auch an, Leute. Tschüssi. Ciao.